Da ist ein Kind drinne. Da ist ein Kind drinne. Ist egal. Hallo Leute. Willkommen bei das krampfhaft virale Video. Aus der Reihe Krampfhaft virale Videos. Aus der Reihe Aus der Reihe Aus der Reihe komische Dinge eine Stunde lang tun. Guckt euch das ganze Spektakel an. Aber schneid davor, was ich noch dazu Was sagst du dazu noch? Ich sag dazu, dass das übermütige Kinder sind, die in einen Pappkarton und die auf einen Pappkarton eintreten. Und dass jeder meiner Kommentare eigentlich nur der Gag ist, dass es ein völlig unangebrachter Kommentar ist. Ja, eigentlich wollten wir da so eine Stunde Dinge erleben machen. Hashtag virales Video. Ein bisschen verarschen, aber es kam dann doch alles ganz anders. Leider. Aber seht selbst. Ja, wir sitzen in einem Pappkarton, wir verschicken uns gerade per Post. Die Hürden schneidet ein bisschen Licht durch. Oben, auch links. Alter, willst du mich nur verarschen? Wir verschicken uns gerade per Post. Wir haben hier jetzt gerade angefangen und instant kommt halt hier so ein kleiner Junge und verschickt uns per Post. Ja, wir haben hier Essen mit. Döner. Und das ist halt gerade übelst schlimm. Nichts ist wenig Luft drin. Ja. 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 Ich will das so wie das... Ja, also... Ja. Also wir verschicken uns gerade per Post. Ja, ich halte es mal. Also, warum ist denn das falsch rum? Warte kurz. Ich muss das hier mal gegen machen. Wir verschicken uns gerade... Warte. 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 Ganz kurz. Halt das mal bitte. Halt das mal bitte kurz. Warte kurz. Nehmen wir es so ein bisschen hoch. Was? Nein. Ich doch, ich will mal hier... Ja. So, Jürgen, wir verschicken uns hier gerade per Post. Kannst du das so ganz kurz so? Wenn es zu klappt, geht die Aufnahme aus. Wo ist denn jetzt? Alter. Wir verschicken uns gerade. Ja, das... Ich hau nicht. Das sind halt... Das sind wirklich also... Immer diese Flüchtlinge. Da brauchen wir sich über gar nichts wundern. Alter, bitte. Ab jetzt, sonst rufe ich deine Eltern. Das versteht ihr doch gar nicht. Der ist doch nicht integriert. Jetzt... Ey, weh, du machst nicht mein Döner kaputt. So, ich glaube, die Idee war blöd. Wir haben leider nicht damit gerechnet, dass wir im Jahr 2017 liegt und das Abendland islamisiert ist. Ich mache diesen Witz eigentlich nur, weil die... Wir verschicken uns gerade per Post. So. Also, wir verschicken uns gerade per Post. Alter, ich hab ihm jetzt... Alter, die sind immer noch da mit sich nur verarschen. Ich glaube, der hat gerade Andris Andri gesagt. Oder wie der nochmal hieß. Also, ich glaube, ihr fährt gleich ein Laster rein. Das kannst du mich bringen. Das kannst du mich bringen. Wir sind die Guten. Wir sind die 13 Prozent. Aua. Jetzt hört er mal auf. Aua, sagt er. Alter. Freut sich, dass er wieder mal einen Deutschen verletzt hat. Alter. Da hab ich schon mal gesagt, dass mir Political Correctness am Arsch vorbeigeht. Ja. Was mir nicht am Arsch vorbeigeht, ist, dass ich gerade getreten werde. Und das wäre nicht so, wenn Merkel nicht immer alle reingelassen hätte. Alter, das trifft nur mich. Das ist ein witzgemein. Film doch mal, wie ich hier die ganze Zeit getreten werde. Alter. Das muss hier halt zu sein, sonst funktioniert das nicht. Nein, nein, nein. Wir sind poliert. Es ist halt witzig, aber es sabotiert, was ich vorhatte. Und das ist wirklich witzig. Wir sind gerade echt... Ich stelle dir das Bild nochmal von außen vor. Das ist eine ausweglose Situation. Soll ich mal kurz raus springen? Soll ich kurz raus springen? Du bleibst hier drin und ich filme die Flüchtlinge. Wenn das jetzt Panzertape wäre, würde das halten. Wir dürfen nicht ertrinken. Wir sind hier gerade auf offenem Ozean. Nee, sind wir nicht. Doch. Aber die waren schon zeitlich auch was. Ich glaube, jetzt kamen die Eltern. Falls sie... So, können wir jetzt nochmal anfangen? Jetzt machen die Eltern mit. Geht mir dagegen. Also so, um das Video nochmal anzumoderieren. Wir verschicken uns die Karte der Post. So, wir sind jetzt drin. Wir sind hier frisch reingegangen. MCM kennt der. So läuft die MCRAM. Dann ficken wir uns jetzt hier per Post. Leider sind wir auf offenem Meer. Deswegen muss ich das hier abkleben, damit wir nicht ertrinken. Die Stunde beginnt. Super Klebeschreifen. In der Stunde sollten wir an der Ostsee sein. Hä? Ich dachte, wir sind schon in dem Meer. Ach so, auf der anderen Seite der Ostsee meine ich. Wir flüchten aus Deutschland. In den Land mit Obergänze. Alter. Ich weiß auch nicht, was daran so lustig ist, in den Karton reinzutreten. Das ist richtig. Aber das ist lustig, wenn man 5 ist und nicht christliche Werte vertritt. Allerdings. Allerdings. Das ist unglaublich. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie im Krieg. Ich glaube, wir haben auch Krieg in Deutschland. Echt? Alter, das war gegen den Kopf. Es war schwach, aber es war gegen den Kopf. Soll ich mir das von außen filmen? Ehrlich jetzt mal? Ich würde gerne raussteigen und von außen filmen, was die da machen. Ich will das zu mir sagen. Du bleibst jetzt mal drin. Okay, ich bleib jetzt mal drin. Den Döner nehme ich dann mit oder auch nicht. Mach mal kurz zwischenzeitlich aus, oder? Nee, nee, nee. Uncut. Unkatrin. Unkatrin. Gut, dann muss ich jetzt hier einmal ganz kurz raus. Heb mal an. Klar. Ja, klar. Uah. Ist das geil. Das ist südlich. Ist das durch mit dem Leben. Also, Merkel, wie du siehst, wir schaffen das. Robin. Ja? Wir schaffen das. Oh Gott, ich bin so ein dreckser Nazi. Robin, ich muss nur lachen. Ich glaube, ich befeuere sie noch. Alter. Robin, gib mir mal meinen Döner. Gib mir mal bitte meinen Döner. Gib mir mal bitte meinen Döner. Nein. 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 Ich muss sie filmen, wie sie Rob ins Kiste zusammentreten. Ist das assi. Robin, ich glaube, das Experiment ist gescheitert. Da ist ein Kind drin. Da ist ein Kind drin. Ich glaube, es ist egal. Ist egal. Können wir bitte aufgeben? Nein. Nein. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich liebe den Fakt, dass Robin gerade von kleinen Kindern zusammengetreten wird. Nein. Alter, mein Döner. Nein. Bitte gib mir mal bitte. Nein. Gib mir den scheiß Döner. Gib mir den scheiß Döner. Der ist komplett kaputt. Jetzt gib mir den scheiß Döner. Nein. Alles gut. Alles gut. Ich hab den Döner. Die Idee ist so gut gewesen. Jetzt haben wir den. Ich finde das irgendwie dumm. Also. Das ist echt krass, oder? Ja.